hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded heute gucken wir mal nur nach den aufgaben insektenbogen strass links bogen ich glaube sprass links bogen muss der den bogen da den sprusslinge muss ich mir mal schnell noch mal besorgt waren wir von hier aus bis zum sandkasten sehen kann man nicht wollte nämlich gucken ob es nicht er dann schon vergammelt kann man noch praten ich wollte gucken ob man eventuell die supply die es da ja geben sollte weil ich die ja schon mal dahin gepackt habe ob die noch da ist wie man das spurs länge waren das da nehmen wir ein paar mit was auch immer ruhig mitnehmen das wollen nicht hier drin auch man alles für die rüstung deshalb habe ich die ja hier aufgebaut so und der noch sehr schön 42 saft das lässt sich doch hören noch mal trinken gut sprüßlinge und hoch muss mir das angucken dann braucht man ja auch noch seile maden so viele man ja vorher hat man den nicht gebraucht und dann hat man es auch nicht gesammelt fehler wo ist der sandkasten der ist da hinten da sehe ich gar nichts die sonne blendet mich hier so im schatten ich sehe keine zipplein also werden wir wohl wahrscheinlich ein bisschen seilen mitnehmen müssen dann gut sein dass die zipplein verschwunden ist ja dann und ab geht's ich frage mich immer noch welche bombe mich da getroffen hat nachdem ich die verseuchte wolfspinne umgebracht habe ich habe keine dahin geworfen oder oder war ich das selber ich glaube nicht ich hier weitermachen glaube ich baue meine wand noch mal dahin was sieht sonst ein bisschen bescheiden aus so mach mal aus linksbogen und insektenbogen war das was mit dem insektenbogen ich habe ich nicht gemacht insektenbogen ich jetzt dumm insektenbogen insektenbogen 0 von 1 wie viele bogen habe ich denn jetzt im inventar zwei stück ich habe zwei stück gemacht junge ja das ist jetzt nicht so doll ich jetzt sind da noch ich habe kein bomben mit oder doch ich habe drei bomben mit warum nur noch welche drin zehn stück baue ich die jetzt bitte 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 ja drei ich behalte die mal im inventar den saft noch abliefern der dann nicht hier war da war so essen aufhängen so gut war es schon wieder eine idee kann auch noch raus da sondern die keine ahnung habe ich hier mit drehen so dass das dass das noch was zum essen sehr schön dann werde ich jetzt mal die aufgabe insektenbogen wieder weg machen weil ich habe zwei gemacht und noch einmal nicht spiel spielt spiel spiel warum das ding darum das habe ich geholt habe ich das schon erklärt natürlich nicht aufgenommen so bürger quest den würde ich gerne aufgeben wenn ich aber nur zwei mitnehmen finde den bürger chip geschmack voller aufstieg schmack voller aufstieg ich glaube ich weiß was da habe ich schon geguckt da war nichts nix besonderes doch sparten ausstoß was für den namen schwaden ausstoß denn das ging so benannt so okay dann können wir beim nächsten mal auf den picknick tisch gehen und dass ich das nicht vergesse nehme ich noch ganz schnell hier müsste das sein muss es die larvenklinge was nicht wo das habe ich dabei da ich habe sogar dabei okay gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen die sieben minuten so rum bis morgen und tschüss tschüss